Warum im mittelständischen Möbelhandel immer die gleichen Fehler passieren und wahrscheinlich im gesamten Mittelstand. Aber Möbelhandel kenne ich mich nun mal am besten aus. Eine kleine Geschichte. Zwei Freunde namens Rudi Rödler und Paul Planer machen ein Picknick an einem reißenden Gebirgsfluss in den Alpen. Plötzlich hören sie einen Hilfeschrei und sehen, wie ein kleines Kind im Wasser vorbeitreibt. Ohne zu zögern springen sie in den Fluss, ziehen das Kind an Land und beginnen es gerade zu versorgen. Da sehen sie das nächste Kind vorbeischwimmen. Und wieder springen sie ins Wasser, retten das Kind, sind gerade wieder am Ufer, als das nächste Kind angeschwommen kommt. Diesmal zieht sich Paul Planer, statt in den Fluss zu springen, seine Wanderschuhe an und beginnt am Ufer flussaufwärts zu laufen. Rudi Rödler ruft völlig verzweifelt hinter ihm her. Du kannst da jetzt nicht abhauen, wir müssen die ganzen Kinder retten, die hier den Fluss runtertreiben. Aber Paul Planer guckt nur über seine Schulter zurück und ruft, rette du ruhig weiter die Kinder aus dem Wasser. Ich laufe flussaufwärts und schnappe mir den Typen, der die Kinder in den Fluss schmeißt. Was hat diese Geschichte mit Möbelhändlern und ihren Führungskräften zu tun? Im gesamten Prozess, von der Kundenansprache über die Beratung, die Sachbearbeitung bis zur Auslieferung, passieren immer wieder die gleichen Fehler. Es ist wie in einem schönen Film und ewig grüßt das Murmeltier, nur dass es kein Happy End gibt. Der gestresste Möbelhändler ist jeden Tag wieder dabei, immer wieder dieselben Kinder aus dem Fluss zu holen. Er hat aber das Gefühl, unentbehrlich zu sein. Er arbeitet nicht an seinem Unternehmen, sondern in seinem Unternehmen. Dabei sind all diese Probleme in den Griff zu kriegen. Der Möbelhändler müsste sich nur die Zeit nehmen, einmal sich mit den Mitarbeitern einen Prozess zu überlegen, der den Fehler vermeiden und den Fehler absolut vermeiden könnte. Dann diesen Prozess mit den zuständigen Mitarbeitern einzuführen und ihn dann zu überwachen. Denn von alleine passiert nun mal überhaupt keine Veränderung. In der Sprache der Prozessverbesserung. Erstens, sag, was du tun wirst. Das heißt, definiere den Prozess. Zweitens, danach tu, was du gesagt hast. Nicht mehr Freestyle. Stelle sicher, dass der Prozess auch so gelebt wird. Das erfordert Kontrolle und Kontrolle ist gelebte Anerkennung. Drittens, miss die Ergebnisse. Und viertens, verbessere den Prozess. Damit bekommt man fast jede Herausforderung in den Griff. Und man kann langsam diese Rettungseinsätze überflüssig machen. Durch einen Prozess. Aber ich habe keine Zeit, um mich um neue Prozesse zu kümmern, rufen die Rudi Rödlers unter den Möbelhändlern. Ich muss den ganzen Tag die Welt retten. Und sie sagen, was interessiert mich der Verkaufsprozess, solange der Umsatz heute stimmt. Ja, ja, alles wahr. Aber Prozesse helfen, den Erfolg vom Zufall zu befreien. Der einflussreiche Blogger James Clear sagt dazu, warum auf den Prozess konzentrieren, wenn die ganze Welt von Ergebnissen getrieben wird. Sind die Resultate nicht wichtig? Eine rhetorische Frage. Er fährt fort, natürlich sind sie wichtig. Aber wenn wir nur auf das Ergebnis schauen, gewinnen wir einmal. Wenn wir dagegen den Prozess optimieren, der zu großartigen Ergebnissen führt, gewinnen wir jedes Mal wieder. Warum finden hochintelligente, fleißige und engagierte Möbelhändler und ihre Führungskräfte nicht die Zeit, Probleme flussaufwärts, das heißt dort, wo sie produziert werden, anzugehen? Die Antwort ist scheinbar einfach. Menschen, die permanent aktiv sind, leiden unter Zeitknappheit. Das ist natürlich eine Wahrnehmungsstörung, denn jeder Mensch hat jeden Tag gleich viel Zeit, wie alle anderen acht Milliarden auch. Nicht die Zeit ist der engen Pass, sondern die Fähigkeit, die richtigen Prioritäten zu setzen. Die amerikanischen Professoren Müller-Yenten, ein Verhaltensökonom, und Safir, ein Psychologe, beschreiben in ihrem Buch Scarcity, Knappheit, dass die wahrgenommene Zeitknappheit die Fähigkeiten, langfristig zu denken, negativ beeinflusst. Außerdem führt sie zu kontraproduktiven Verhalten, wie zum Beispiel Multitasking, was nicht funktioniert, und der Vernachlässigung der Familie, Sport und Freizeit zugunsten der Arbeit. Und genau diese Symptome beobachten wir auch bei den Rudi-Rödlers des Möbelhandels. Schlimmer wird es noch, wenn sich zur Zeitknappheit auch noch knappe Besucherfrequenzen gesellen. Bei Bauern in Entwicklungsländern wurde gemessen, dass sie vor der Ernte, wenn das Geld besonders knapp war, einen niedrigeren Intelligenzquotient hatten als nach der Ernte. Menschen in gefühlten Mangelsituationen sind laut den Forschern, ich zitiere, weniger einsichtig, weniger vorausschauend und handeln weniger kontrolliert. Mullenathan und Safir haben einen wissenschaftlichen Begriff für Rödeln geprägt. Rödeln ist mein Begriff. Sie nennen dieses kurzsichtige Verhalten unter scheinbarer Zeitknappheit Tunneln. Wenn Menschen versuchen, viele Probleme zu jonglieren, dann versuchen sie gar nicht erst, diese wirklich dauerhaft zu lösen. Sie sehen nur noch den Tunnel und versuchen, sich zum Ausgang durchzukämpfen. Das gelingt natürlich mit dieser Geisteshaltung nie. Es kommen immer neue Probleme hinzu. Der unfreiwillig komische Detektiv Charles Boyle aus der Serie Brooklyn Nine-Nine beschreibt das so. Ich zitiere, wenn sie nicht kontrolliert wird, strömt Arbeit zum kompetenten Menschen, bis sie ihn ertränkt. Jetzt sagen die Möbelhändler, ja, stell mir keine Fragen, sondern gib mir die Lösung, sagen die Rudi Rödlers zu uns Beratern. Sie wollen nicht fischen lernen, sie wollen einfach ein paar Fische geliefert bekommen, damit sie heute Abend wieder essen können. Und morgen früh geht es wieder von vorne los. Im Tunnel der Zeitknappheit gibt es keine langfristige Planung. Es gibt keine strategischen Prioritäten. Es gibt nur Augen zu und durch. Damit hält sich der Tunnel von selber am Leben. Außerdem ziehen viele Führungskräfte emotionale Befriedigung aus der Rödelei, da sie subjektiv das Gefühl haben, permanent die Welt zu retten. Es fühlt sich gut an, einen Riesenschlamassel zu beseitigen oder im letzten Augenblick gar zu verhindern. Der Tag ist gerettet. Diese Heldeneinsätze sind aber normalerweise ein Zeichen für fehlende Prozesse. Wir arbeiten nicht für die GSG 9 und auch nicht für die Feuerwehr, sondern wir haben Unternehmen, die vorhersehbare Prozesse betreiben. Wie kommt man aus dieser Falle raus, wenn man einmal verstanden hat, dass man dort feststeckt? Man muss jetzt mehr Zeit investieren, um später mehr selbstbestimmte Zeit zu haben. Es ist nicht leicht, wenn man im Hamsterrad läuft. Da kann unser Club der Durchsetzer helfen. In diesem Programm arbeiten wir mit Inhabern und Führungskräften von Möbelhäusern daran, Möbelverkauf mit Prozessen zu hinterlegen. Diese einzuführen, einzuüben und zu überwachen. Im auf das Programm folgenden Jahr hat sich ein Unternehmer 50 Tage Urlaub gegönnt. Und das bei Rekordumsetzen seinem Unternehmen. Schauen Sie einfach, was unsere Teilnehmer zu ihren Fortschritten sagen. Wenn Sie Unternehmer sind oder Führungskraft und unter Zeitklarheit leiden, nehmen Sie sich einfach 30 Minuten für ein Telefongespräch mit mir. Ich garantiere Ihnen nicht, dass dadurch Ihre Probleme gelöst sind. Aber ich garantiere Ihnen, dass Sie sich danach besser fühlen. Das kann ich Ihnen versprechen. schau, ich ruie. Dann geht es Ihnen gleich. Vielen Dank.